Herzlich willkommen zum zweiten Teil heute mit dem Thema Benutzerverwaltung anlegen eines Standardbenutzers. Das ist eben das, was gerade NetXP-Verein unterscheidet von anderen Vereinsverwaltungssoftware-Paketen, ist eben diese Zentralverwaltung. Das heißt also, dass die Datenbank des Vereins sich hier, also im Rechenzentrum der NetXP GmbH befindet und eben sie von zu Hause aus eben mit einstellbaren Benutzerrechten eben auf diese Zentraldatenbank eben zugreifen können. Und um das eben machen zu können, ist es eben von extremer Wichtigkeit, dass man eben hier, oder es ist zu empfehlen, dass man eben hier mit entsprechenden Benutzerrechten arbeitet. Und aus diesem Grund wollen wir jetzt mal hier eben verschiedene Benutzer, oder mal einen Standardbenutzer erstmal anlegen und dann werden wir uns also im letzten Teil heute anschauen, wie wir diese Standardbenutzer eben noch weiter einschränken können. Das heißt also, wie wir aus so einem Standardbenutzer eben einen Gruppenbenutzer erstellen können. Und um überhaupt grundsätzlich Benutzer erstellen zu können, wechseln wir, und das kann übrigens nur der Admin, also nur derjenige mit dem Recht des Admin, also der sich mit Benutzernahme Admin anmeldet, nur der kann Benutzer erstellen. Der kann auch keinen zweiten Benutzer erstellen, der wiederum Benutzer erstellen kann, sondern nur der Admin hat das Recht Benutzer zu erstellen. Und das ist auch ganz gut so, ganz, ganz gut, denn so sollte es eben, so muss es eben sein, weil sonst weiß ja am Schluss kein Mensch mehr, wer welchen Benutzer erstellt hat. Ja, um einen Benutzer erstellen zu können, wie gesagt, gehen wir in die Benutzerliste und wählen dann unten einen neuen Benutzer aus. Und das hier scheitern schon die ersten, denn hier werden jetzt bei mir drei verschiedene Benutzer angezeigt, weil ich über die Billigablage verfüge. Einen sogenannten Benutzer mit Standardrechten, einen Spartenschatzmeister und einen Kassenprüfer. Wobei es aber ganz wichtig ist, dass ein Benutzer mit Standardrechten, da kann ich nicht, das ist nicht ein Benutzer mit irgendwelchen ganz vorgefertigten Rechten, sondern das ist eben ein ganz normaler Vereinsbenutzer, der eben kein Spartenschatzmeister und kein Kassenprüfer ist. Und das ist eben das Wichtigste eigentlich daran. Das heißt, das könnte jetzt sein, ein Schatzmeister, das könnte sein, ein Vorstand, das könnte sein, ein Spartenleiter, das könnte sein, ein Schriftführer, also alles Mögliche. Eben ein irgendein Standardrecht, aber er ist definitiv kein Spartenschatzmeister und er ist definitiv kein Kassenprüfer. Das ist einmal ein ganz wichtiger Anfang. So, klicke auf Übernehmen und jetzt ist das Erste, was ich machen kann oder muss, ist, ich muss ihm erst mal einen Benutzernamen geben. Und diesen Benutzernamen, den gebe ich jetzt mal her und sage, das ist mein Schatzmeister. Dem lege ich jetzt extra hier eben einen Account an und der Schatzmeister später kann sich dann eben mit Benutzernamen Schatzmeister anmelden, und dann eben das Passwort, das ich ihm jetzt gebe und dann kommt der in NetXPV rein und der darf dann das machen, was ich ihm jetzt einstelle. Bitte machen Sie es nicht, dass Sie hier beim Benutzernamen irgendwelche tatsächlichen Namen vergeben, sondern vergeben Sie hier oben Titel. Das hat einen riesengroßen Vorteil. Wenn der Schatzmeister Posten wechselt, dann brauchen Sie später irgendwann einmal nicht hier einen neuen Benutzer erzeugen und alles Mögliche wieder einstellen, sondern Sie können dann eben diesen Benutzern-Schatzmeister verwenden und einfach das Passwort ändern. Im neuen Schatzmeister dann eben das neue Passwort mitteilen und dann geht es eben weiter. Da muss kein neuer Benutzer erstellt werden, sondern man kann dann eben diesen entsprechenden Benutzer weiterverwenden. Den Benutzernamen kann man nicht ändern? Nein, den kann man nicht ändern. Den kann man später nicht ändern. Können Sie ändern? Nein, auch nicht. Wir müssen auch diesen Benutzer dann sperren oder löschen und dann einen neuen anlegen. Und aus diesem Grund, wie gesagt, würde ich hier immer die Ämter vergeben, also Schatzmeister, Schriftführer oder Spatenleiter, SL-Tennis oder je nachdem und eben nicht auf Personennaben das Ganze runterbringen. Man kann natürlich diese Personen... Bitte, ja? Herr Sperl, genau, das ist jetzt meine Frage. Dann geht man eigentlich verloren die Historie, wer war zu einer bestimmten Zeit, hat welche Funktion gehabt und kann ja nicht mehr nachvollziehen. War das ein Herr Huber, ein Herr Mayer, der sowieso das angelegt hat? Ja, das macht man in dem Fall folgendermaßen, dass man sich eine eigene Tabelle anlegt und dann eben innerhalb der eigenen, also eigene Tabelle Funktionen, die werden wir jetzt dann wahrscheinlich sowieso als Standard einschalten und innerhalb dieser Tabelle Funktionen kann ich mir dann einstellen, wer zu welchem Zeitpunkt eben was war und dann muss ich halt, wenn mich aus der Historie etwas interessiert, dann schaue ich halt nach, Schatzmeister war eine Änderung an einem bestimmten Datum und in der eigenen Tabelle kann ich dann nachschauen, wer zu diesem Datum denn was war. Also natürlich, wenn ich das kann, dieses Benutzer anlegen und verspreche ich Ihnen, das dauert pro Benutzer nicht länger als fünf Minuten im allerhöchsten Fall und ich weiß, wie das alles, was ich hier mache, dann ist das natürlich kein Problem. Dann können und dürfen und sollten vielleicht sehr da oben den Benutzernamen dann eben personalisieren, das heißt den Namen vergeben, denn wenn dann der eben nicht mehr gewählt wird oder nicht mehr zur Wahl steht, dann kann ich den Benutzer sperren, damit kann die ja nicht mehr rein und demnächst lege ich einen neuen Benutzer an. Das ist natürlich auch möglich. Ich hätte dann eben den Charme und den Vorteil, dass Sie innerhalb der Historie sehen würden, wann wir welche Änderung durchgeführt haben. Aber ich kann keinen Benutzer löschen. Doch, einen Benutzer löschen kann man schon auch, ja sicher natürlich. Ich habe mir einen Kassenprüfer, den ich mal als Testwerk angelegt habe, aber den ich nicht mehr wohnen. Nein, einen Kassenprüfer kann man löschen. Das ist ja logisch, weil wenn Sie einen Kassenprüfer löschen, dann sind ja plötzlich die Buchungen, die der einmal geprüft hat, wieder umgeprüft. Den kann man nur sperren, aber zudem später mehr. Einmal muss ich aber die Frage beantworten mit Namen, warum Name oder nicht Name, oder? Ja. Genau, super. Eine andere Frage noch ganz kurz. Besteht die Möglichkeit, wenn ich einen Benutzer angelegt habe, weil wir gerade bei dem Thema sind, also auch personalisiert, dass ich den einfach kopiere, dass ich auf jeden Fall die Rechte, die ich vergeben habe und den einfach oben nur einen Benutzername ändere und Passwort oder so? Das wird es in Zukunft geben. Also das ist auch auf der Entwicklungsliste. Diese Funktionen werden wir einbauen. Es ist noch nicht ganz sicher, wann wir die einbauen, aber die werden wir sicher einbauen. Dass man also mit Rechtsklicken den Benutzer kopieren kann. Nö. Okay, also im Nächsten muss ich eben ein Passwort vergeben, dieses Passwort. Es muss umfassen entweder Zahlen, also Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Das sind also vier Kriterien. Zwei dieser vier Kriterien müssen erfüllt sein und es müssen mindestens acht Stellen sein. Das sind eben diese Kriterien für mein Passwort. Also mindestens acht Stellen und dann Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Zwei dieser Kriterien müssen erfüllt werden. Bei anderen Programmen, wenn die ein Passwort vergeben, gibt es am meisten so einen Balken. Gutes Passwort, schlechtes Passwort oder sowas. Das ist Schwachsinn. Nein, das ist Käse. Denn die meisten Attacken innerhalb der IT werden durch sogenannte Dictionary, also das sind sogenannte Wörterbuch-Attacken. Und diese Balken, die sagen nicht, ob dieses Passwort irgendwo in einem Passwort-Wörterbuch steht. Also deswegen macht es ganz klar. Das Passwort muss der User, wenn er sich das erste Mal einloggt, nicht ändern, oder? Er kann, er muss es nicht ändern. Nein, er muss es nicht ändern. Das haben wir früher drin gehabt. Das haben wir extra auf Wunsch ausgeschaltet. Aber er kann es ändern. Er kann es natürlich ändern. Auf sich angepasst. Okay. Wir haben ein paar Vereine, da arbeiten mehrere Benutzer mit einem Benutzer. Also mehrere Personen arbeiten mit einem Benutzer. Und aus diesem Grund muss das eben jetzt einer ganz besonders nicht ändern. Das ist der Hintergrund. Okay. Genau. Aber er kann natürlich. Das ist logisch. Okay. Als nächstes könnte ich dann eben hier meine Personeninformationen erfassen. Also wenn das Ganze eben eine Person ist, wie zum Beispiel Ewald Schneider. Dann irgendeine E-Mail-Adresse. So, dann geht es weiter. Jetzt muss ich das Recht vergeben. Also was darf der Benutzer? Darf der Benutzer auf die eigenen Dateien zugreifen? Also auf eigene Dateien auf diesem Bereich? Da muss ich ihm also diesen Webspace-Benutzer geben. Darf er SMS versenden oder E-Mails versenden oder Serienbriefe erstellen? Dann ist er eben vom Recht her Kommunikator. Das ist klar. Der Kommunikator ist ein Schriftführer, nichts anderes. Also wenn er Schriftführerrechte erstellen darf oder machen darf, dann darf er eben. Dann gebe ich ihm das Recht des Kommunikators. Der Vereinsverwalter, der darf also alle Vereinsverwaltung, alle Vereinsbelange, darf der einsehen. Der darf also alles. Innerhalb der Kassenverwaltung darf er auch Einzelüberweisungen tätigen. Aber ich zeige Ihnen das dann später sowieso eben einzeln nochmal her. Das heißt, in der Kombination kann sich dann jeder selber vorstellen. Dann habe ich noch den Kassier. Nein, das ist logisch. Der darf also alles, was mit der Kasse zu tun hat. Der Mitgliederverwalter darf alles, was mit den Mitgliederverwaltern zu tun hat. Und schlussendlich gibt es noch ein sehr gefährliches Benutzerrecht. Und zwar zusätzlich dann die Einschränkung auf nur lesender Zugriff. Und ich zeige Ihnen jetzt dann gleich mal, wo der Unterschied hier bei diesen Benutzerrechten ist. Das machen wir jetzt gleich. Das heißt, ich wähle jetzt erst einmal das Benutzerrecht Webspace, klicke auf Speichern, muss dann eben das Passwort nochmal eingeben, dass ich mich also vorher nicht vertippt habe. Und dann auf OK. Und dann ist jetzt erstmal der Benutzer angelegt. Und ich melde mich jetzt mal innerhalb der Benutzerliste als dieser Benutzer an, um eben zu sehen, was darf jetzt jemand, der nur Webspace hat. Also nur das Recht Webspace. Er sieht immer den Terminplaner. Der ist also völlig, völlig unkritisch. Er sieht immer den öffentlichen Kalender und kann einen neuen Kalender hinzufügen. Einen eigenen. Völlig unkritisch. Und natürlich sieht er die eigenen Dateien. Dieses Recht haben wir ja separat eingestellt mit dem Webspace. Ansonsten darf er nichts. Er darf sein eigenes Passwort, also seine eigenen Daten einsehen, was er darf und darf sein eigenes Passwort ändern. Er darf seinen eigenen Tätigkeitsbericht erstellen oder darf also auch Einträge in fremden Tätigkeitsberichten erstellen. Und das war's. Er sieht noch die SMS-Preise und mehr ist nicht. Das ist also, wie gesagt, nur ein Benutzer Webspace. Der darf nicht mehr. Er sieht keine Mitglieder, er sieht keine Gruppen, keine Kommunikation, keine Mitglieder, nichts. Der darf nichts. Dann, wenn ich jetzt diesen Benutzer ändere, dann mache ich also, entweder mache ich einen Doppelklick drauf oder ich klicke den einmal an und klicke unten auf Anzeigen. Dann geben wir ihm einmal nur das Recht des Kommunikators. Also ich nehme im Webspace wieder und gebe ihm den Kommunikator, klicke auf Speichern und schaue mir das dann an. Dann merke ich, er darf jetzt schon ein bisschen mehr. Das heißt also, er sieht jetzt die eigenen Dateien nicht mehr. Also wenn er die auch sehen soll, dann muss ich ihm eben den Webspace zusätzlich geben. Aber er sieht jetzt schon mal die Mitglieder. Und innerhalb der Mitglieder sieht er fast alle Register. Aber jetzt zum Beispiel die Kontodaten sieht er nicht in einem Schriftführer. Dem gehen die Kontodaten eigentlich nichts an. Und er sieht also auch eigene Tabellen beispielsweise. Kommunikation sieht natürlich alles. Es ist klar, er ist ja Schriftführer, er soll ja kommunizieren. In den Vereinsdaten sieht er nur die Lieferanten, also nur die Adressdaten der Lieferanten. Die braucht er eventuell als Kommunikator eben auch noch. Und ansonsten eben darf er wieder sein eigenes Passwort ändern, seinen Tätigkeitsbericht erstellen. Und SMS verwalten. Mehr darf er nicht. Das war jetzt mal eben der sogenannte Schriftführer. Als nächstes schauen wir uns mal an den Vereinsverwalter speichern und als Benutzer einloggen. Der Vereinsverwalter, der darf wieder etwas mehr. Das heißt, er sieht also die Vereinsdaten darf der verändern. Der darf die Beiträge vor allen Dingen einstellen oder verändern. Das darf also dieser Vereinsverwalter, der darf Ehrungen erstellen. Terminplaner sieht er natürlich, er darf auch Sparten erstellen oder ändern. Er sieht auch die Mitglieder. Und innerhalb der Mitglieder sieht er auch fast alles, nur eben die Kontodaten nicht. Die Kontodaten, wie gesagt, das empfindlichste aller Daten, was wir von unseren Mitgliedern haben, die sieht er so fast sehen, also nur die wenigsten. Und ansonsten sieht er eigene Tabellen, die Gruppen. Er darf Vorlagen einsehen und verändern, also Kommunikationsvorlagen. Er sieht die Dokumente, die erstellt wurden. Er darf die Konten einsehen, die ich hier habe. Er darf auch neue Konten erstellen, der Vereinsverwalter. Er darf EA erstellen und bearbeiten. Er sieht die Spendenquittungen. Und er kann, wie gesagt, Einzelbuchungen ausführen und kann diese auch zur Bank senden. Das ist eben, ja, Statistik sieht er auch noch. Die Statistik der Beiträge könnte er also auch noch einsehen. Das ist eben der Vereinsverwalter. Meistens ist der Vereinsverwalter ein Vorstand. Also meistens eben das sogenannte Vorstandsrecht. Dann gibt es einen Kassier. Na gut, logisch, der Kassier, der sieht natürlich jetzt noch mehr. Der Kassier muss natürlich, jetzt passt das auch zum Mitgliedsnamen. Also, Sekunde, ich habe das leider auf Mitglieder geklickt. Der Kassier sieht natürlich die Vereinsdaten. Der sieht natürlich die Beiträge und darf diese bearbeiten. Der Kassier sieht die Mitglieder und sieht also auch natürlich die Kontodaten in den Mitgliedern. Der Kassier sieht natürlich auch eigene Tabellen. Der Kassier kann sieht einen E-Mail-Versand, darf Vorlagen bearbeiten, sieht Dokumente, sieht natürlich alle Finanzdaten, sieht natürlich alle Buchungen und kann auch alles ausführen, was die Buchungen betrifft. Sieht natürlich auch die Beiträge und Bestandszahlenstatistiken und der Rest ist wieder Standard. Das heißt, dass er darf sein eigenes Passwort ändern und auch SMS verwalten. Warum sieht der Kassier keine Gruppen? Sekunde, zu dem kommen wir später noch. Das kann man dem Kassier separat einschalten, dass er noch Gruppen erstellen darf. Das war ja wichtig, ne? Ja, sicher natürlich, ja. Gut, und jetzt... Und Beiträge anlegen, das kann der nicht, oder? Doch, das konnte er schon, ja, doch. Nö, so viel gesehen habe ich eben nicht. Also Vereinsbeiträge, sehen Sie, die darf er anlegen. Ja, stimmt, ja. Habe ich mich verziehen. Kein Problem. Ja, der Mitgliedsverwalter, der darf natürlich jetzt fast alles, was der Kassier auch darf, aber hat ein bisschen umgedreht, sage ich jetzt mal. Der Mitgliedsverwalter, der sieht natürlich jetzt noch mehr bei den Mitgliedern, also auch Gruppen- und Übungsleiter. Er sieht natürlich auch etwas, auch die Vorlagen darf er bearbeiten, natürlich E-Mails. Also ein E-Mail-Versand sieht er auch, er darf natürlich auch Serienbriefe erstellen, E-Mails darf er nicht versenden, das wäre also ein ganz besonderes Ding. Statistik sieht er nur Bestandszahlen, denn hier sind seine Mitglieder versteckt, er sieht aber keine Finanzdaten zum Beispiel und keine Buchungen. Er sieht halt das, was die Mitgliederbelange betrifft. Ja, und das sind jetzt eben diese ganzen Standardrechte gewesen und jetzt müssen wir uns aber vorstellen, dass diese natürlich kombinierbar sind. Also es kann da natürlich jetzt auch mehr vergeben oder ein ganz bestimmtes nicht. Und also auf diese Art und Weise kann ich mir also eben diese Benutzer zusammenwürfeln, wie ich das will. Also ich kann natürlich auch Kombinationen von verschiedenen Standardrechten bilden. Da bleibt zum Beispiel noch ein Standardbenutzer. So, und jetzt kann ich nur zusätzlich verschiedene Sachen einstellen. Ich kann jetzt halt eben einstellen, dass ein Benutzer Mitglieder löschen darf. Ich kann einstellen, ob ein bestimmtes Mitglied oder Entschuldigung, ob ein bestimmter Benutzer eben Backups erstellen darf von jemandem. Also was heißt von jemandem, also vom Verein. Also darf er jetzt Backups erstellen oder nicht? Ich kann einstellen, ob er, also Backups in der Datensicherung, die man mit dem sogenannten Backup-Client in NetXP-Verein erstellen kann. Und ich kann einstellen, ob er die sogenannten Führungszeugnisse und den Jugendschutz einsehen darf. Das heißt, selbst wenn ich einen Mitgliedsverwalter habe und ich ihm das hier nicht einschalte, dann darf er das nicht sehen, dieses Register. Denn das hat natürlich also unendlich viel mit Datenschutz zu tun. Denn da würde er auch eventuell drinstehen, vorbehaltlich, weil er eventuell Steuer hinterzogen hat oder sonst irgendwas. Und deswegen muss ich das wirklich separat einschalten, dieses Recht. Ja, dann geht es hier oben weiter. Ich kann natürlich dann, und das macht man eben im dritten Teil heute, ich kann also so einen Benutzer auf eine bestimmte Gruppe einschränken oder auch nicht. Ich kann ihm erlauben, dass er mit, selbst wenn er Kommunikator ist, kann ich als Admin die steuern, ob er mit einer bestimmten Absenderkennung SMS versenden darf. Das erfahren wir natürlich in den SMS-Schulungen. Ob er bestimmte Kontingente mit SMS verwenden darf oder nur mit verschiedenen Signaturen versenden darf. Was wir in der Maskenbearbeitung lernen, kann ich ihm hier einstellen, muss er, darf er mit einer bestimmten Maske ändern. Das heißt, ich kann ihm einen Mitgliedsverwalter, das Recht des Mitgliedsverwalters geben und kann aber sagen, dass er nur mit einer bestimmten Maske arbeiten darf. Und dann kann ich ihn feldweise wieder einschränken. Und jetzt merkt man, wie unendlich kompliziert das Ganze wird. Auch übrigens, Herr Sittik, für die Frage vorher, ich kann in der Gruppeneinschränkung hier unten festlegen, ob jetzt zum Beispiel jemand eine Gruppe erstellen darf oder nicht. Also, der Benutzer darf trotz Gruppeneinschränkung Mitglieder anlegen, zum Beispiel. Und die werden auch automatisch angelegt in neuen oder variablen Gruppen. Außerdem würde ich sowieso immer, wenn Sie einen Schatzmeister vergeben, dann würden Sie ja normalerweise den Schatzmeister plus Mitgliedsverwalter geben. Dann darf er auch sowieso Gruppen anlegen. Okay? Ja, stimmt. Genau, also das sind eben immer die Kombinationen. Dann, wie gesagt, Mitgliedermasken haben wir. So, und jetzt geht es nochmal feiner. Ich kann dann noch verschiedene Ansichten einstellen. Und zwar kann ich jetzt zum Beispiel einem Benutzer, dem ich zwar das Recht des Mitgliedsverwalters gegeben habe, das große Recht des Mitgliedsverwalters, dem kann ich jetzt aber sagen, nö, du pass auf, ich will den weiter einschränken. Und zwar darf der außerhalb der Stammdaten, die natürlich da immer freigegeben sind, ist ja logisch. Weil wenn ich nicht weiß, wie jemand heißt oder mit Vor- oder Nachnamen, dann bringt mir das nichts. Also die Stammdaten sind immer freigegeben. Dann kann ich sagen, du darfst das Register Sparten sehen und eventuell das Register Beiträge und sonst sieht er nichts. Schauen wir mal, wie das dann ausschaut. Dann würde er also jetzt eben, der ist jetzt Mitgliedsverwalter und sieht aber dann eben als eingeschränkter Mitgliedsverwalter, sieht er jetzt eben nur das, was ich ihm freigegeben habe. Also nur diese Register sieht er und sonst nichts, obwohl er eigentlich vom Recht der Mitgliedsverwalter ist. Das heißt also, mit diesen Ansichten kann ich dann noch weiter einschränken. Ich kann dann auf eigene Tabellen einschränken, sieht er gar keine eigenen Tabellen oder sieht er eine oder fünf oder alle, je nachdem. Ich kann ihn einschränken, wie viele Übungsleiter darf er sehen. Ich kann ihn einschränken, wessen Dokumente darf er sehen. Das ist dann später vor allen Dingen bei meinen Gruppen eingeschränkten Benutzern also ganz wichtig. Und ich kann ihn einschränken, was wir also heute gemacht haben, welche Rechnungen. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Spartenschatzmeister habe oder zwei Schatzmeister oder einen Haupt- oder einen Unterschatzmeister, dann kann ich hier noch einstellen, darf denn der eine die Rechnungen des anderen sehen oder auch nicht. Oder wer darf von wem Rechnungen sehen und wer darf von wem nicht Rechnungen sehen. Also das kann ich also, wie gesagt, auch hier unten noch einschränken. Und das führt dann eben dazu, dass ich hier Milliarden und Billionen von Kombinationsmöglichkeiten habe. Das heißt also, ich kann praktisch, ja, ich kann im Endeffekt wirklich feldgenau alles einzeln einschränken. Bis zum einzelnen Feld runter, denn wenn ich mit dem Maskendesign arbeite, da kann ich ja nicht benötigte Felder ausschließen und ich kann zu bestimmten Feldern sagen, das sind jetzt schreibgeschützt. Und ja, das führt dann eben dazu, dass es also diese Benutzverwaltung also hier tatsächlich also unglaublich unbeschränkt ist. Gibt es dazu noch Fragen, was dieses Anlegen von sogenannten Standardbenutzern betrifft? Wie meinen Sie zusätzlich nur einrichten, dass er das machen darf, oder wie? Er sollte natürlich über einen eigenen Online-Banking-Zugang verfügen, damit er ja weiß, wer wann was zur Bank geschickt hat. Ja, klar, logisch. Okay. Wie gesagt, der Vereinsverwalter, das ist ein anderes Wort für im Endeffekt erster Vorstand. Kommt er natürlich immer auf den Verein drauf, und das ist logisch, das kann man so pauschal eigentlich nie sagen. Ja, weitere Fragen? Ja. Ja. Nein. Ja. Ja. Na, da.